So, nachdem wir in der letzten Woche mit den wiederholten Spielen angefangen haben, kommen wir diese Woche zu den unendlich oft wiederholten Spielen. Das heißt also, das Stufenspiel wird jetzt unendlich oft gespielt. Das muss man nicht unbedingt zu wörtlich nehmen. Wir werden später sehen, dass man das auch interpretieren kann als eine Wiederholung, die einfach unbestimmt ist. Das heißt, man weiß nicht, wie oft das Spiel gespielt wird. Und wenn es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass dieses Spiel noch eine weitere Runde gespielt wird, dann kann man das genauso analysieren, als würde das Spiel unendlich oft wiederholt werden. Wie gesagt, das schauen wir uns später an. Zuerst mal mussten wir uns klären, wie wir mit den Auszahlungen umgehen. Das Problem ist, wenn wir Auszahlungen haben, wie im unendlich oft wiederholten Spiel, dann und wir genauso wie bisher in den wiederholten Spielen die Summe der Auszahlungen nehmen, als relevantes, dann haben wir ein Problem. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel in jeder Runde 1 bekomme und mit einer anderen Strategie bekomme ich in jeder Runde 4, dann ist natürlich in die Summe von diesen Auszahlungsreihen jeweils unendlich. Das heißt, egal ob ich jetzt 4 bekomme in jeder Runde oder 1 in jeder Runde, die beiden Strategien würden gleich gut aussehen und das macht natürlich wenig Sinn. Also brauchen wir eine andere Methode, um die Auszahlung zu berechnen. Und das machen wir jetzt genauso wieder mit Abdiskontierung, so wie beim Rubinstein-Modell. Das heißt also, wir werden alle zukünftigen Auszahlungen abdiskontieren mit Delta. Und Delta ist 1 geteilt durch 1 plus R und natürlich damit zwischen 0 und 1. Und ich hatte ja schon letztes Mal erklärt, dass Delta nahe an 1 heißt, es ist sehr geduldig. Delta nahe an 0 heißt, man ist sehr ungeduldig. So, dann kriegen wir also jetzt, wenn wir eine Auszahlungsreihe haben von U0 bis U1 und so weiter, bis UNU endlich. Zur Notation, ich benutze hier den unteren Index, nur damit wir nicht mit den Potenzen verwechseln werden, weil hier zum Beispiel, das ist dieses T hier oben, das ist eine Potenz und das T da unten ist ein Index. Damit wir die Notation klar haben. Also, ich habe jetzt eine Auszahlungsreihe in Periode 0, muss ich nichts abdiskontieren, das ist ja jetzt. Also U0 plus, in der nächsten Runde kriege ich U1, das muss ich mit Delta abdiskontieren. Delta Quadrat in der übernächsten Runde und so weiter. Das heißt, wenn ich also so eine Auszahlungsreihe habe, dann ist das einfach die Summe von T gleich 0 bis unendlich. Delta hoch T, Sie sehen in Periode, also wenn ich hier T gleich 0 einsetze, dann kriege ich Delta hoch 0 und das ist natürlich gleich 1, da wird also nicht abdiskutiert, mal U T. Das ist also meine Auszahlungsreihe. Und um die auszurechnen, solche Auszahlungsreihen, hilft es, sich an zwei Summenregeln zu erinnern, die ganz einfach sind. Nämlich diese hier insbesondere und die andere, die kann man daraus ganz leicht ableiten. Also wenn ich eine Summe habe, eine Konstante a, und diese Konstante a, die liegt zwischen 0 und 1. Die Summe von T gleich 0 bis unendlich, a hoch T ist dann 1 geteilt durch 1 minus a. Das kann man auch ganz leicht beweisen, aber ich mache das jetzt hier nicht, das ist selbstverständlich eine Tatsache. Und außerdem, wenn ich diese selbe Summe berechne, aber ich fange jetzt hier in Periode 1 an, dann ist es genau das gleiche, nur dass da hier ein A steht anstatt der 1. So, diese beiden Regeln werden wir des Öfteren benutzen, wenn wir Auszahlungsreihen berechnen. So, jetzt kommen wir wieder zurück zum Gefangenis-Dilemma und überlegen uns, wie kann man Kooperation im Gefangenis-Dilemma unterstützen, wenn man das unendlich oft spielt. Wir hatten schon zwei Ideen diskutiert, nämlich die Möglichkeit der Bestrafung oder der Reziprozität. Die Bestrafungsstrategie schauen wir uns als erstes mal an, und zwar mit sogenannten Trigger-Strategien. Trigger-Strategien sind Strategien, bei denen man erstmal nett anfängt. Das heißt, man spielt C, Kooperation, solange der andere das auch macht. Aber wenn irgendeiner von beiden mal D gespielt hat, wird ab da sofort nur noch defekt gespielt. Und zwar für immer. Diese Strategie nennt sich Grimm-Trigger, weil sie sehr grimmig ist. Also man bestraft den anderen dann für immer. Und es wird getriggert eben durch ein einmaliges Spielen von D. Sobald also einer der beiden D gespielt hat, werden die beiden ab der nächsten Runde nur noch D spielen. Das ist also eine sehr starke Abschreckung, wenn man möchte. Und wie wir sehen werden, ist das auch in der Tat eine sehr gut funktionierende Strategie. Zumindest sofern man immer unter Kontrolle hat, was man tut. Jetzt schauen wir uns mal an, ob diese Grimm-Strategie, also wenn zwei Grimm-Strategien aufeinander treffen, ob das ein Teilspieleffekt des Gleichgewichts des unendlich wiederholten Spiels ist. Wie kann man das berechnen? Wie kann man das überprüfen? Zunächst mal müssen wir uns überlegen, was sind denn eigentlich hier die Teilspiele? Denn in einem Teilspieleffekt im Gleichgewicht muss in jedem Teilspiel ein Ness-Gleichgewicht gespielt werden. Also brauchen wir die Teilspiele. Die Teilspiele sind ganz einfach hier. Nach jeder Runde beginnt ein neues Teilspiel. Das heißt, wann immer, und zwar egal, ob diese Runde tatsächlich gespielt wird oder eine hypothetische Runde ist. Das heißt also, alle möglichen Spielabläufe, egal ob sie wirklich gespielt werden oder nur hypothetisch möglich sind, beginnen ein neues Teilspiel. Das heißt, nach jeder Runde, wo die beiden Spiele irgendwas gemacht haben, wird hier öffentlich gemacht, was die beiden Spieler bis dahin gemacht haben. Und dann beginnt wieder ein neues Teilspiel. Das Gute an einem unendlich wiederholten Spiel ist, dass diese Teilspiele eigentlich immer gleich lang sind. Das heißt, die sind immer unendlich lang. Das heißt, wenn ich in einem bestimmten Moment bin, ich gucke in die Zukunft, dann sieht die Zukunft immer gleich aus. Der einzige Unterschied ist, dass eventuell die Historie, also das, was bisher passiert ist, oder das, was ich gerade gespielt habe, dass das ein Anders ist. Also die Teilspiele unterscheiden sich eigentlich nur durch die Historie, was also bisher passiert ist. Also nehmen wir mal an, eine bestimmte Historie, nämlich die, bei der beide Spieler bisher immer kooperiert haben. Bis zu der Runde T. Diese Historie, die kann ich auf diese Art und Weise darstellen. Dann CC, das ist das, was die beiden in der ersten Runde gespielt haben, oder in der 0. Runde. Und dann in der ersten Runde das und so weiter. Bis zur Runde T haben sie immer C gespielt. Klar, die haben sich beide an die Grimm-Trigger-Strategie gehalten. Bisher haben sie also immer nur C gespielt, weil noch niemand anders hatte bisher jemals defekt gespielt. Bisher ist also alles gut. Und das ist eine Historie. Es gibt natürlich viele andere, aber das ist vielleicht die wichtigste. Denn jetzt müssen wir uns überlegen, möchte ich abweichen, gegeben, dass bisher immer nur C gespielt wurde. Jetzt muss ich mir aber diese Anreize überlegen. Wenn ich abweiche, dann kriege ich natürlich in dieser Runde 5. Aber dann natürlich, wie ich weiß, in der nächsten Runde werde ich bestraft und in allen übrigen Runden auch. Und das heißt, ich werde natürlich auch mit D dann antworten. Und das heißt, ab da spielen wir nur noch D, D und jeder Spieler bekommt, also insbesondere auch ich, bekomme nur 1. Das heißt, ich kriege zwar 5 in der einen Runde, aber in der nächsten Runde immer nur noch 1, anstatt den 2, die ich bekommen würde, wenn ich beim Gleichgewicht bliebe. Jetzt kann man also leicht ausrechnen, ob so eine Abweichung profitabel ist. Sie ist nicht profitabel, wenn die Gleichgewichtsauszahlung, das ist die Gleichgewichtsauszahlung, in der Gleichgewichtsauszahlung bekomme ich ja immer 4. Und ich schreibe das jetzt hier ein bisschen eigenartig. Ich schreibe das so, dass ich 4 in dieser Runde bekomme und auch 4 in den nächsten Runden, und zwar von Runde 1 bis unendlich, Delta hoch T mal 4. Und das mache ich nur deswegen, damit ich hier auf der anderen Seite etwas leichter kürzen kann. Man kann es natürlich genauso gut schreiben als T gleich 0 bis unendlich, Delta hoch T mal 4. Das ist dasselbe. Und auf der linken Seite steht jetzt das, was ich bekommen würde, wenn ich abweichen würde. Was bekomme ich? Das haben wir schon eben festgestellt. Ich bekomme 5, wenn ich abweiche. In der Zukunft dann nur noch 1. Und da muss ich natürlich diese 1 auch noch abdiskutieren von T gleich 1 bis unendlich. So, jetzt kann ich die 4 mit der 5 hier verrechnen. Dann habe ich nur noch 1. Und ich kann diese Summen hier auf diese Seite darüber kriegen. Das sind ja die gleichen. Ich kann die 4 ja ausklammern ganz leicht. Und hier die 1 brauche ich nicht, fällt es sowieso weg. Die 4 vor die Summe schreiben, weil das ja eine Konstante ist. Das heißt, ich habe hier nur Summen von Delta hoch T. Und zwar insgesamt 3 mal diese Summe. Also 3 mal die Summe von Delta hoch T. T gleich 1 bis unendlich. Und jetzt benutzen wir unsere Formel, die wir gerade schon kennengelernt haben. Also 3 mal Delta geteilt durch 1 minus Delta. Und dann brauche ich nur noch rüber multiplizieren. Das 1 minus Delta. Und dann steht da 1 minus Delta. Muss weniger sein als 3 Delta. Oder Delta muss größer sein als 1 Viertel. Wenn also Delta mindestens 1 Viertel ist, dann lohnt sich die Abweichung nicht. Dann würde ich nicht von der Krim-Trigger-Strategie abweichen und defekt spielen. Wenn Delta allerdings strikt kleiner ist als 1 Viertel, dann habe ich einen strikten Anreiz abzuweichen. So, damit wissen wir also schon mal, dass die Krim-Strategie nur dann ein Gleichgewicht sein kann. Ein teilspielfähiges Gleichgewicht, wenn Delta größer gleich 1 Viertel ist. Weil dann der Verlust stärker liegt als der kurzfristige Gewinn. Und damit würde ich nicht abweichen. Aber bisher haben wir nur ein einziges Teilspiel untersucht. Nämlich das, wenn bisher immer kooperiert wurde. Also eine Art von Teilspiel. Es gibt da natürlich ganz, ganz viele. Zum anderen Historien. Zum Beispiel diese Historie. Nehmen wir mal an, es wurde am Anfang eine Zeit lang kooperiert. TCT, dann hat irgendeiner mal abgewichen. Hier dieser zweite Spieler. Und dann wurde also ab da bestraft. Und jetzt sind wir hier und überlegen uns, Mensch, wäre es nicht besser, wir würden zurückgehen zu Kooperationen. Denn dann würden wir ja mehr verdienen. Wird sich das also lohnen? Und bei Krim-Trigger ist das relativ einfach zu sehen. Denn, ich weiß ja, egal was ich mache, der andere wird ab jetzt immer nur noch D spielen. Und damit lohnt es sich für mich nie natürlich wieder ein Friedensangebot zu machen und auch mal C zu spielen. Denn der andere reagiert da gar nicht drauf. Krim-Trigger heißt ja, wenn irgendwann mal, und da reicht dieses eine D hier, wenn irgendwann mal jemals D gespielt wurde, wird ab jetzt immer D gespielt. Und wenn ich jetzt wiederum davon abweiche, dann lohnt sich das für mich nicht. Also, meine beste Antwort ist, bei D zu bleiben, bei Defekt für immer. Und damit gilt das. Das gilt für alle Teilspiele, egal wie sie es konstruieren. Auch wenn hier zum Beispiel C, D als letztes gespielt wurde, spielt keine Rolle. Die beste Antwort ist immer, bei D zu bleiben, in all diesen Teilspielen. Und damit haben wir in all diesen Teilspielen ein Nash-Gleichgewicht. Und damit haben wir insgesamt einen Teilspieleffekt des Nash-Gleichgewichts. Und dieses Teilspieleffekt, der Nash-Gleichgewicht, also Krim-Trigger, ist ein Teilspieleffekt des Nash-Gleichgewichts für Delta größer gleich. Ein Viertel. Das haben wir jetzt gezeigt. So. Und jetzt schauen wir uns Tit-for-Tat an. Tit-for-Tat ist eine ganz berühmte Strategie und die fällt wunderbar in die Kategorie Reziprozität. Man kann es übersetzen mit Wie du mir, so ich dir. Eine sehr gängige Strategie im täglichen Leben. Man macht einfach das, was der andere in der letzten Runde gemacht hat. Hat er mich gut behandelt, werde ich das auch tun. Hat er mich schlecht behandelt, werde ich das auch tun. Ganz einfache Strategie. Und die ist recht erfolgsversprechend. Also wie funktioniert das? Wir fangen beide mit C an in der ersten Runde und danach macht man immer das, was der Gegenspieler in der letzten Runde gemacht hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist Tit-for-Tat auch ein Teilspieleffektes Gleichgewicht? Also wenn zwei Tit-for-Tat-Spiele aufeinandertreffen, ist das Teilperfekt. Dann schauen wir uns jetzt eben genauso wie bisher wieder die Historie an, dass immer nur kooperiert wird. Also hier wird in jeder Runde kooperiert, bis dahin. Und wenn ich nicht abweichen würde, dann würde das jetzt hier auch so weitergehen, fröhlich mit CC. Aber jetzt überlegt sich einer, Mensch, ich könnte auch D spielen. Hier der erste Spieler. Wenn er das tun würde, dann würde er in der nächsten Runde bestraft werden vom anderen Spieler. Er würde aber wiederum das machen, was der andere Spieler in der ersten Runde gemacht, in dieser Runde hier gemacht hat. Also spielt er CD und dann wechselt das die ganze Zeit so zwischen CD und CD und DC hin und her. Das wäre die Konsequenz von einer Abweichung. Wir überlegen uns später noch, was passieren würde, wenn man mehrfach abweicht. Aber das ist jetzt erstmal nur eine Abweichung. Lohnt sich die? Kann sich das lohnen? Das rechne ich mir genauso aus. Denn wenn ich abweiche, was bekomme ich dann? Dann bekomme ich, wie auch vorher, 5 in der ersten Runde. In der nächsten Runde hingegen werde ich C spielen und der andere D. Das heißt, ich bekomme sogar 0. Delta mal 0. In der übernächsten Runde bekomme ich dann wiederum 5, weil ich jetzt weder bin, der D spielt und der andere spielt C. Delta Quadrat mal 5 und dann komme ich wieder 0. Das heißt, es wird immer abwechselnd 0, 5, 0, 5 und so weiter. Wir rechnen uns gleich diese Summe auch aus. Auf der rechten Seite steht nach wie vor die Gleichgewichtsauszahlung. Die Gleichgewichtsauszahlung ist wie bisher einfach nur 4. Und da schreibe ich es jetzt tatsächlich so, Summe von T gleich 0, wir sind endlich Delta auf T und dann können wir direkt unsere Summenformel benutzen. Das ist also 4 geteilt durch 1 minus Delta. Aber was ist die linke Seite? Die linke Seite ist diese Summe hier, wenn man sieht, wie man das zusammenfassen kann, denn wir bekommen hier quasi nur die geraden Potenzen. Delta hoch 2, Delta hoch 4, Delta hoch 6 und so weiter. Wir bekommen nicht die ungeraden Potenzen und diese Summe kann man so schreiben als Delta Quadrat hoch T. Also wenn Sie 2 mal T haben, dann haben Sie hier nur die geraden Zahlen. Das passt genau. Also habe ich ein Delta hoch 2, Delta hoch 4, Delta hoch 6 und so weiter. Und dann kann ich wiederum meine Summenformel benutzen, indem ich einfach Delta Quadrat jetzt als mein voriges Delta benutze. Und dann kriege ich die, wenn ich es einsetze, 1 geteilt durch 1 minus Delta Quadrat als Formel. Und das ist jetzt also unser Kriterium. Wenn das erfüllt ist, dann lohnt sich die Abweichung nicht. So, wie kann ich das auflösen? Indem ich einfach mal kreuzweise hier multipliziere, 1 minus Delta hoch, 1 minus Delta Quadrat hoch. Das habe ich hier gemacht. Und jetzt wiederum binomische Formel. 1 minus Delta Quadrat kann man auch schreiben als 1 minus Delta mal 1 plus Delta. Wobei ich dann praktischerweise das 1 minus Delta hier kürzen kann. Bleibt also dann auf der rechten Seite 4 plus 4 Delta. Und dann kann ich die 4 kürzen. Und dann stehe ich da mit Delta größer gleich 1 Vettel. Das heißt also, tatsächlich genauso wie bei Grimtrigger ist T4T sicher gegen eine Abweichung auch vom Gleichgewichtspfad, wenn Delta größer gleich 1 Vettel ist. Das bedeutet schon mal übrigens, dass es ein Nash-Gleichgewicht ist. Denn beim Nash-Gleichgewicht muss man nur überprüfen, ob sich eine Abweichung lohnt. Gegeben, die anderen spielen die Gleichgewichtstrategie. Die Gleichgewichtstrategie ist immer zu kooperieren. Das heißt, der Gleichgewichtspfad, das ist das, was im Gleichgewicht passieren würde, lässt nur zu, dass man immer C spielt. Und wir haben gerade gesehen, davon lohnt es sich nicht abzuweichen, wenn Delta größer gleich 1 Vettel ist. Also ist T4T ein Nash-Gleichgewicht. Das ist schon mal gut zu wissen, aber jetzt müssen wir uns noch überlegen, was passiert in den anderen Teilspielen. Und diese nennt man Off-Equilibrium, also außerhalb des Gleichgewichts. Solche Off-Equilibrium-Paths, die muss man sich auch anschauen. Das heißt, wir müssen uns auch überlegen, was passiert, wenn doch schon mal jemand abgewichen ist. Zum Beispiel, nehmen wir an, wir hätten eine ganz schlechte Situation, beide hätten D gespielt. Was würde passieren bei T4T? Wenn wir nichts tun, würden beide das tun, was der andere in der letzten Runde gemacht hat. Das heißt, wir würden hier feststecken in der Situation, in der immer nur defekt gespielt wird. Das wäre bei Grimm-Trigger übrigens genauso, aber bei T4T hier halt auch so. Bei Grimm-Trigger haben wir gesehen, dass es sich nicht lohnt, ein Friedensangebot zu senden. Aber hier könnte das anders sein. T4T, da könnte es passieren, dass sich, weil wir ja sehen, wir spielen hier die ganze Zeit nur defekt, wie wäre es, wenn ich einmal hier mit C anfange und dann wird der andere darauf reagieren und dann haben wir wieder dieses Hin und Her zwischen CD und DC. Das wäre aber eine Abweichung und die dürften wir nicht haben. Die darf nicht profitabel sein, damit T4T ein Gleichgewicht ist. Denn sonst würden wir ja gezeigt haben, dass es sich lohnt, vom Teilspielfekt in der Gleichgewichtspfad abzuweichen, was nicht geht. Also dann wäre es nicht Teilspielfekt. Gut. Jetzt müssen wir uns nochmal überlegen, wann lohnt sich die Abweichung? Was kriegt man auf diesem Pfad DD? Das hier ist das, was man auf dem DD-Pfad kriegt, nämlich immer 1. und das ist 1 geteilt durch 1 minus Delta als langfristige Auszahlung. Was kriegt man auf dem Abweichungspfad? Da würde man durch das Friedensangebot in der ersten Runde erstmal 0 bekommen. Allerdings dann dafür in der nächsten Runde 5 und dann in der noch T gleich 3 Runde kriegt man wieder 5 und so weiter. Also wir haben wieder so eine, wir haben wieder nur dieses Mal, dass wir bei den ungeraden Deltas kriegen wir eine 5 und sonst kriegen wir immer 0. Das kann man jetzt aber auch leicht ausrechnen, indem man jetzt einfach mal einmal von dieser Reihe hier 5 Delta ausklammert, nämlich 5 Delta mal 1 plus Delta Quadrat plus Delta auf 4 plus und so weiter. Und diese Summe, die kennen wir schon, das ist nämlich genau diese Summe hier. Genau die gleiche, die wir auch vorher schon hatten. Und ja, jetzt muss ich noch das hier ausrechnen, dann nehme ich wieder Summenformel, also 5 Delta geteilt durch 1 minus Delta Quadrat. Und dann kann ich jetzt wieder das 1 minus Delta auf beiden Seiten kürzen, weil ich da wieder die binomische Formel benutze. Und dann steht da 5 Delta geteilt durch 1 plus Delta muss kleiner sein als 1. Und wenn ich jetzt das noch rüber multipliziere, steht da 5 Delta kleiner gleich 1 plus Delta oder, und da muss man jetzt wirklich auf die Vorzeichen achten, Delta muss kleiner sein als ein Viertel. Das heißt also, die Abweichung lohnt sich nicht, wenn Delta kleiner gleich ein Viertel ist. Jetzt könnte man auch die anderen Teilspiele anschauen, also die zum Beispiel, die anfangen mit CD oder mit DC. Aber das brauchen wir gar nicht machen, denn wir haben schon ein negatives Resultat. Wir haben gesehen, dass die Abweichung vom Gleichgewichtspfad nur dann unprofitabel ist, wenn Delta größer gleich ein Viertel ist. Und wir haben gesehen, dass die Abweichung vom DD-Pfad nur dann nicht profitabel ist, wenn Delta kleiner gleich ein Viertel ist. Das widerspricht sich. Nur für ein einziges ganz spezielles Delta wäre das erfüllt, nämlich wenn der Spieler Delta gleich ein Viertel hätte, was natürlich schon sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass er exakt ein Viertel hat. Das heißt also, im Allgemeinen ist Tit-Verted nicht Teilspieleffekt. Und je nach Auszahlung, man kann natürlich auch andere Gefangendilemma mit anderen Auszahlungen sich anschauen, kann das sogar passieren, dass es überhaupt nicht, dass es gar kein Delta gibt, wo das erfüllt ist. Also im Allgemeinen ist Tit-Verted nicht Teilspieleffekt im Gefangendilemma, obwohl es doch eine so schöne Strategie ist. Es ist nämlich wahrscheinlich trotzdem eine der erfolgreichsten Strategien empirisch gesehen im Gefangendilemma. Es hat sich zum Beispiel gezeigt in dem berühmten Computerturnier von Axelrod, was er gemacht hat. Er hat also auch ein schönes Büchlein darüber geschrieben, Evolution of Cooperation, kann ich sehr empfehlen als Lektüre. Was hat er gemacht? Er hat also alle möglichen Spieltheoretiker und andere schlaue Leute gefragt, sie sollten doch eine Strategie programmieren für das wiederholte Gefangendilemma. Und dann hat er diese ganzen Strategien gegeneinander antreten lassen und hat geschaut, welche waren am besten. Und in der ersten Runde war es so, dass Tit-Verted gewonnen hat. Und dann hat er dann das veröffentlicht und hat er dann in einem Nachfolge, in einer Nachfolgestudie nochmal dieselbe Frage gestellt. Und obwohl die Leute wussten, dass Tit-Verted der Gewinner war und wahrscheinlich auch wieder dabei sein würde, war es eine der erfolgreichsten Strategien. Also selbst wenn man weiß, dass Tit-Verted dabei ist, kann man das nicht wirklich gut ausnutzen. Tit-Verted war wirklich erfolgreich. Grimm-Trigger nicht. Und viele andere Strategien auch nicht. Warum nicht? Das Problem mit Grimm-Trigger ist, Grimm-Trigger ist sehr gut gegen sich selbst und wenn man keine Fehler macht. Grimm-Trigger ist auch gut gegen C-Spieler und es funktioniert auch ganz gut gegen Tit-Verted. Zanko wird nämlich immer kooperiert, aber wenn es irgendwann mal einen Spieler gibt, der einmal nur D ausprobieren möchte oder einen Fehler macht oder zufällig irgendwas fehlt, dann wird ab da immer D gespielt und das ist natürlich schlecht für den anderen, aber es ist aber auch schlecht für einen selbst. Das heißt also, Grimm-Trigger bestraft den anderen, aber bestraft einen auch selbst und das ist langfristig nicht gut. Also in einem evolutionären Sinne ist das nicht sehr erfolgreich. Tit-Verted vergibt während Grimm-Trigger nie. Der Name Grimm gibt das ja schon her. Es vergibt nie. Tit-Verted lässt sich aber trotzdem nicht ausbeuten. Wenn ich versuche, Tit-Verted auszubauten, dann wird es auch nicht mehr kooperieren, beginnt aber nett und ist daher eine sehr, sehr erfolgreiche Strategie. So, jetzt wollen wir das Ganze noch ein bisschen erweitern und nicht nur das Gefangendilemma anschauen und nicht nur die reine Kooperationsstrategie anschauen, sondern schauen, was alles noch so geht. Und es gibt da ein Theorem, das heißt Folk-Theorem. Das liegt nicht daran, dass es von einem Herr oder einfach einer Frau Folk gefunden wurde, sondern weil es genauso wie eine Folk-Story oder ein Folk-Song ein Theorem ist, das allgemein bekannt ist, das keiner so richtig erfunden hat, das jeder wusste irgendwo und dieses Folk-Theorem schauen wir uns jetzt an. Wir schauen uns nochmal das Gefangendilemma an und wir wollen mal die Auszahlungen des Gefangendilemmas in so einer Grafik hier darstellen und zwar auf dieser Achse sehen wir die Auszahlung von Spieler 1. Hier sehen wir die Auszahlung von Spieler 2. Jetzt wissen wir, in unserem Gefangendilemma war es so, dass wenn beide kooperieren, dann gibt es die kooperative Auszahlung von 4, 4. Wenn beide das Gleichgewicht spielen des Stufenspiels, kriegen beide nur eine Auszahlung von 1 und dann gibt es noch die Auszahlung 5, 0 und 0, 5. Das sind die vier Auszahlungen im Gefangendilemma. Jetzt kann ich die miteinander verbinden und die gesamte Fläche, die dazwischen liegt, die nennt man die konvexe Hülle der Auszahlung. Das heißt also, wenn ich jetzt diese vier Punkte nehme, es könnten auch mehr Punkte sein, größeren spielen und dann die konvexe Hülle bilde, das sind all die Auszahlungen, die theoretisch langfristig erzielbar sind, wenn wir auch Randomisierungen zulassen. Das heißt also, wenn wir zulassen, dass die Spieler mischen. Also zum Beispiel, wie kriege ich jetzt langfristig diese Auszahlung, diese 4, 4. Naja, ist ja klar, wenn man immer nur kooperiert. Wie kriegt man diese Auszahlung? Wenn man immer Spieler 1 C spielen lässt und Spieler 2 spielt D. Wie kriegt man jetzt so eine Auszahlung hier in der Mitte? Naja, auch leicht, indem man eben manchmal dieses hier spielt und manchmal hier dieses spielt und dadurch, wenn man das mit der richtigen Wahrscheinlichkeit macht, dann kann man im Prinzip jede Auszahlung hier bekommen und genauso jede Auszahlung hier oder hier. Damit haben wir alle Ränder schon mal abgedeckt. Wie kriege ich eine Auszahlung hier in der Mitte? Na, da muss ich eben jetzt auch noch dieses hier mit in die Mischung reinnehmen und Sie sehen, dass Sie natürlich mit einer geschickten Mischung über alle 4 Eckpunkte kriegen Sie jedes hier, jedes in dem Inneren dieser geschraffierten Fläche. Das heißt, Sie können jede mögliche Auszahlung hier in diesem schraffierten Bereich erreichen, indem Sie geschickt über alle 4 Ecken mischen. Und dann sind dann alle diese Auszahlung heißen erreichbar. Das ist also wie gesagt die konvexe Hülle aller Auszahlungen. Man muss mischen. Wichtig ist, dass man eventuell, um manche Randomisierung zu kriegen, dann müssen die Spieler quasi wissen, in welcher Runde sie was spielen. Das heißt, die Randomisierung muss beobachtbar sein für beide Spieler. Das ist also eine öffentliche Randomisierung, die dazu von abhängt, ob wir es gerade eine gerade oder eine ungerade Sekunde haben auf der Uhr oder irgend so was. Das muss möglich sein. So, zur Schreibweise. Wir werden die Gesamtauszahlungen, die man bekommt, wenn man alles summiert und dann abdiskutiert, normalisieren. Das machen wir, damit die Auszahlungen dieselben Größenordnung haben, wie die des Stufenspiels. Das ist dann einfach leichter zu vergleichen. Wenn ich zum Beispiel in jeder Runde immer x bekomme, dann kann ich das x vor die Summe ziehen und dann bekomme ich also insgesamt x mal 1 geteilt durch 1 minus Delta. Wenn ich jetzt dieses hier mit 1 minus Delta multipliziere, dann habe ich eine Durchschnittsauszahlung normalisiert von x. und x ist ja eine Auszahlung des Stufenspiels. Also hat sie dieselbe Größenordnung wie die Auszahlung des Stufenspiels und ist damit ein bisschen leichter zu vergleichen. Also wenn ich zum Beispiel in jeder Runde 2 bekomme, dann kann ich also auch damit dann quasi sagen mit dieser Normalisierung, dass ich dann auch insgesamt in diesem Spiel eine Durchschnittsausnahmung von 2 bekomme. Das heißt, wir können jetzt also so normalisieren, indem wir einfach die Durchschnittsauszahlung, die Auszahlung im wiederholten Spiel einfach mit 1 minus Delta multiplizieren und dann haben wir vergleichbare Größenordnungen. Und jetzt können Sie fragen, ja, aber ist das dann nicht ein anderes Spiel? Nein, das Spiel ist genau dasselbe, denn ob ich jetzt diese Auszahlung hier maximiere oder diese hier ist unerheblich. Wenn ich irgendeine Funktion einfach nur mit 1 minus Delta multipliziere, dann maximiere ich dieselbe Funktion. Also, die werden, besser gesagt, die Maximanten werden exakt die gleichen sein. So, und jetzt kommen wir zu diesem berühmten Fog-Theorem. Ich habe hier die Version gewählt, die schon Friedman 1971 aufgeschrieben hat, aber es gibt da mittlerweile sehr, sehr viele und vor allem viel allgemeinere Versionen. Das hier ist offiziell eigentlich die allereinfachste. Wie lautet das Theorem? Sei E1 bis E1 die Auszahlung in einem Mesh-Gleichgewicht des Stufenspiels. Also, bei uns wäre das, wenn wir das Gefangene-Lämmer anschauen, einfach die Auszahlung 1-1. Da gibt es ja nur 1, aber wir können das hier auch anwenden auf Spiele, die mehrere Mesh-Gleichgewicht haben. Also, aber hier E1 bis E1, das wäre im Gefangene-Lämmer einfach nur die Auszahlung 1-1. Sei außerdem X1 bis Xn irgendeine erreichbare Auszahlung, das heißt also irgendeine Auszahlung in dieser schraffierten Fläche. Wenn die Auszahlung, die jeder Spieler bekommen soll, das ist XI, größer ist, strikt größer ist, als die Gleichgewichtsauszahlung für diesen Spieler, also wenn das gilt für alle I, dann gibt es ein Delta, ein Diskontierungsfaktor, nahe genug ein 1, also groß genug, so dass es ein Teilspielwerk des Mesh-Gleichgewichts gibt des unendlich wiederholten Spiels, das genau diese Auszahlung als Durchschnittsauszahlung hat. Okay, was heißt das? Die Interpretation des Volk-Therons ist leider ein bisschen unbefriedigend. Das bedeutet nämlich eigentlich, dass nicht nur die kooperative Auszahlung bei unserem Fall 4-4 möglich ist, sondern als Gleichgewicht und sogar als Teilspieffekt des Gleichgewichts des unendlich wiederholten Spiels geht eigentlich fast alles. Oder zumindest sehr viel. Ist das eine gute Nachricht? Nicht wirklich. Das Problem ist nämlich, wenn wir so viele Gleichgewichte haben, wir wissen ja nicht genau, welches Gleichgewicht die Leute wirklich spielen werden. Es gibt nun eins, das vielleicht Fokal ist, weil es besonders gut ist für beide Spiele, aber es gibt so viele andere auch, die auch Gleichgewichte sein könnten, dass wir nicht wirklich wissen, was die Spiele spielen werden. In unserem Beispiel hatten wir ja eben gezeigt, dass man mit Grimm-Trigger zum Beispiel diese kooperative Ergebnisse bekommen kann, wenn Delta größer gleich ein Viertel ist. In diesem unserem Beispiel. das Fokt-Theorem sagt uns nun folgendes, wenn ich mir die Auszahlung, die erreichbaren Auszahlungen vornehme und nur diese Auswähle, die strikt größer sind als die Nash-Gleichgewicht Auszahlung für beide Spieler, sprich also alles, was rechts oberhalb von dieser roten Linie ist, denn das ist ja die Auszahlung von 1, die beide Spieler im Nash-Gleichgewicht des Stufenspiels bekommen würden, alle Auszahlungen, die strikt größer sind als das, also alle hier im schraffierten Bereich, alle die könnten als Gleichgewicht des unendlich wiederholten Spiels, als Teilspielrecht des Gleichgewicht des unendlich wiederholten Spiels erreichbar sein und das ist ein bisschen unbefriedigend, also kann ich auch zum Beispiel diese hier oder diese hier, diese Auszahlung als Gleichgewicht bekommen oder diese hier oder auch solche, die nicht ganz so doll sind wie dieses hier oder vielleicht ganz das da, fast kaum besser als das Stufenspiel, All diese Auszahlungen sind Gleichgewichte des wiederholten Spiels. Das ist also das Ergebnis, nicht sehr, sehr befriedigend, aber es ist nun mal sehr, sehr viel möglich durch diese sehr flexible Form der Bestrafung. Wie würde man das beweisen? Der Beweis würde ganz ähnlich funktionieren, wir würden quasi Krim-Trigger benutzen, wir würden also erstmal so vereinbaren, so zu spielen, dass wir im Durchschnitt genau diese x1 bis xn erreichen. Das heißt, wir müssen also unter Umständen auf ein kompliziertes Muster mischen oder vielleicht sogar öffentlich randomisieren, sodass wir im Schnitt jetzt zum Beispiel irgendeine Auszahlung hier drin im Schnitt erreichen. Also zum Beispiel manchmal 4,4 und manchmal 1,1. Wenn wir dann eine Mischung machen davon, dann kriegen wir zum Beispiel schon mal alle, die auf der Linie sind hier. So, dann würden wir das tun und wenn irgendjemand jemals von dieser Prozedur abweicht, dann würden wir sofort zurückgehen auf das Nash-Gleichgewicht. Das nennt sich auch Nash Reversion. Wir würden also zum Nash-Gleichgewicht des Stufenspiel zurückgehen als Bestrafung und diese Bestrafung, die ist drastisch genug für ein Delta nahe 1. Das heißt, man muss schon relativ geduldig sein, damit sich das lohnt, aber es gibt immer ein Delta, sodass das möglich ist. Das sagt das Falk-Theorium. Zu diesen Falk-Theorien gibt es noch sehr, sehr viele Erweiterungen, insbesondere von den Autoren Abreu, Masken und Tirol. Teilweise gibt es auch bessere Drohstrategien als einfach zum Nash-Gleichgewicht zurückzugeben. Man kann teilweise die Gegenspieler sogar unter diese Nash-Gleichgewicht Strategie drücken. Das geht aber nur, wenn die anderen mitmachen und dann muss man teilweise auch die, die nicht bereit sind zu bestrafen, auch wiederum bestrafen und so weiter. Das ist eine Sache, die werden Sie zum Beispiel in vielen totalitären Regimen erleben. Es funktioniert nur dann, der Druck funktioniert nur dann, wenn man wirklich auch die bestraft, die nicht bereit sind, andere zu bestrafen. Und das funktioniert hier auch in der Spieltheorie so. Damit kann man noch mehr erreichen, als nur mit der Nash-Reverulsion- Strategie. Ich hatte am Anfang gesagt, dass wir nicht unbedingt im strikten Sinne davon reden müssen, dass dieses Spiel wirklich unendlich oft wiederholt wird. Tatsächlich ist es so, dass es auch genügt, wenn es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt und diese Wahrscheinlichkeit würden wir jetzt interpretieren als Delta, also nicht mehr nur als Diskontierungsfaktor, sondern als Fortsetzungswahrscheinlichkeit. Das heißt, in jeder Runde gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es noch eine nächste Runde gibt. Und wenn das so ist, dann kann ich das genauso darstellen. Denn wenn die Fortsetzungswahrscheinlichkeit gibt es Wahrscheinlichkeit 1-Delta stoppt das Spiel und ab da gibt es dann eine Null-Auszahlung. Und das kann man genauso interpretieren. Das heißt, meine erwartete Auszahlung für die nächste Runde wäre dann immer Delta mal U. Was immer ich da bekomme, denn mit Wahrscheinlichkeit 1-Delta bekomme ich Null und mit Wahrscheinlichkeit Delta bekomme ich U. Und damit habe ich auch eine Diskontierung von Delta U. also genauso zu interpretieren eigentlich wie ein Diskontierungsfaktor. Die übernächste Runde findet nur mit Wahrscheinlichkeit Delta Quadrat statt. Da muss Delta und Delta passieren und so weiter und so fort. Das heißt also, die Wirkung ist genauso wie Diskontierung und deswegen kann man diese Spiele auch tatsächlich so interpretieren und das ist auch die Methode, wie man sie tatsächlich dann in unserem Experimental labor, in den Experimenten umsetzen würde. Man würde den Leuten nicht sagen, ihr sitzt hier unendlich lang und spielt dieses Spiel, das wäre auch nicht sehr glaubwürdig, sondern wir sagen ihnen, in jeder Runde gibt es eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel abbricht und mit der Restwahrscheinlichkeit gibt es noch eine nächste Runde und irgendwann wird natürlich das Spiel dann auf. So und zum Schluss noch eine Erleichterung, wenn man mit unendlich wiederholten Spielen oder auch mit endlich wiederholten Spielen umzugehen hat und das ist das sogenannte One-Stage-Diviation-Principal. Wenn Sie das genau nachlesen wollen, empfehle ich den Fudenberg-Tirol, das Spieltheorie-Buch auf Seite 109. Und die beruhigende Einsicht ist folgendes, wenn ich mir überlege, ob ich von einem Teilspiel-Fekten-Gleichgewicht abweichen soll, also von einer Strategie abweichen soll oder nicht, dann reicht es zu überprüfen, ob ich das an einer Stelle mache. Ich komme ja in diesem Spiel öfters dran, im unendlich wiederholten Spiel komme ich unendlich oft dran und dann kann ich überprüfen, ob ich abweichen möchte von meiner Strategie, wenn es sich an einer Stelle lohnt. Ich brauche es nicht zu überprüfen, ob ich jetzt an zwei Stellen gleichzeitig oder an fünf Stellen abweichen möchte. Es reicht, an einer Stelle das zu überprüfen, also an jeder möglichen Stelle natürlich. Also genau heißt dieser Satz folgendes, ein Strategien-Profil S in einem endlich oder unendlich wiederholten Spiel ist, Teil-Spiel-Prefekt genau dann, wenn es für keinen Spieler eine Strategie S-I-Strich gibt, die bis auf eine Entscheidung identisch ist zu S-I und eine höhere Auszahlung ergibt, falls diese Stufe erreicht wird. Das heißt, wir können sich überlegen, ich habe hier meine Strategie S-I, die ist eigentlich geplant, gibt es eine Strategie S-I-Strich, die ist genauso wie S-I, nur an einer Stelle mache ich was anderes. Und wenn ich damit nirgendwo eine höhere Auszahlung erreichen kann, dann ist das optimal, diese Strategie S-I beizubehalten. Und das hilft sehr viel, zum Beispiel bei TITVT, da hatten wir uns überlegt, soll ich nur, da hatten wir überlegt, ich ging von DD auf CD, das war eine Abweichung, aber ich hätte ja auch gleich in der nächsten Runde nochmal abweichen können zu dann wäre jetzt die DC gekommen zu CC. Also zweimal hintereinander abweichen. Das brauche ich nicht überprüfen, weil ich dieses One-Stage-Deviation-Principle habe. Es reicht zu schauen, dass diese Abweichung nicht sinnvoll ist, dann brauche ich nicht noch überlegen, ob diese da auch noch sinnvoll ist. Und das muss ich natürlich für alle möglichen Abweichungen an jeder möglichen Stufe überprüfen, aber es reicht mir zu belegen, ob ich an einer Stelle abweichen will oder nicht. Mehr brauche ich nicht zu überprüfen.